All right, I guess I'll take the train back home. Wir gehen zurück nach Hause. Das ist vom Bahnhof. Oh, die haben wir einen Zettel. Jawohl, ja. Ah, na, ich weiß ja nicht. Wird es jetzt noch einen Endbosskampf gegen Morgo geben? Okay, ich bin hier. Warte, warte, für ein bisschen. Okay, ich werde mit mir selbst sprechen. Was zum... So, Miss Fortune, How have you been? Okay, I have this, like, weird day. I saw monsters, I saw dolls, I saw Benjamin. And then I went to the zoo and everything was everywhere. And then I realized Mr. Voice had lied to me a lot. And he took Benjamin. And now I'm alone. I don't like being alone. Wow, sounds like you had one hell of a day, Miss Fortune. Ein netter Selbstgespräch. Geht's in den Zug? Als Kind muss man ja keine Eintrittskarten zahlen. Ich brauche keine Straßenbahn, keine Fahrscheine. Wir brauchen keine Fahrscheine. Das war ja schon im vorigen Kapitel Thema. Oh, ich habe mal was zu malen. Ein Malbuch. Tchungkingos. Ach, hier können wir malen. Ja, sehr gut. Mit Maus und... Mit Maus und Tasten malen ist jetzt so ein bisschen... Achso, wir können es auch einfach straffieren hier. Ausmalbuch, juhu. So, Herz ausmalen. Lückenfrei können wir es eh nicht ausmalen. Ist ja eine lustige Sache hier. Achso, wir müssen... Leer das gedrückt haben. Jetzt immer nur den... Immer nur den einen Stift hier. Oh, nee. So eine schreckliche Steuerung hier. Ich will das nicht komplett ausmalen. Ich will es dafür wenigstens Archivement. Irgendein Archivement. Oh, ist das grausig. Das Geräusch tut auch in den Ohren weh. Das ist schlimm. Das ist, glaube ich, während der Zugfahrt malen oder was. Ja, ein paar Plätze bleiben hier frei, aber... Ich will nicht... Das Geräusch ist ekehaft. Das ist gekratzt. Das ist... Versteht ihr, was ich meine? Ist das für euch auch so, oder... Willkommen bei Let's to War mit Zweggie. Wie malen die nur aus... Und einen grünen Stift. Dabei kriegen wir auch andere Farben wie grün und wie rot und blau. Und andere grüntöne. Und sonst so. Das kommt umblättern, oder was? Wir müssen nur einen Teil davon ausmalen und den Rest... Können wir das nun doch was. So. Schön auskritzeln. Meine Fresse. Eine grausige Art. Eins ausmalen Buchs. Dann kommt das eine Bild machen wir jetzt zu Ende. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts weiteres, was wir noch ausmalen müssen. Das bleibt jetzt hier. Jetzt habe ich auch wieder einmal einen weißen Stift. Irgendwoher ich den auch immer genommen habe. Oh, ich kann auch mit der Maus malen. Ja gut. Ähm. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Dann mache ich mit der Maus. Das ist doch ein bisschen weniger umständlich. Das Geräusch ist immer noch nervenerregend. Können wir nicht irgendwo ein Füll-Tool nehmen? Einfach mal hier. Einfach mal das Füll-Tool aktivieren. So, Wolke. So. Ausgemalt. Ich will es aber nach oben. Schafft dafür. Ach, nö. Nö, nö. Wir können es auch schließen oder was. Dann komm, wir haben das Ausmalbuch mitgenommen. Auf diesen Zweck, das wir hier malen können. Let's draw the missfusion. Wird hier straffiert. Jetzt habe ich den groben Wachsmalstift in der Nase. Das hört sich auch mehr nach so einem, das hört sich für mich nicht nach einem Wachsmalstift an. Das hört sich so ein bisschen nach, das hört sich nach diesem Gerät vom Zahnarzt an. Wisst ihr was ich meine? So dieses Absaugegerät während der Zahn-OP. So wie wenn dieser Schlauch in der Nase hängt und dann wird der Sabber abgespült. Damit das nicht an die Wunde herankommt. Genau so hört sich das an. Das ist ein Absaugegerät vom Zahnarzt. Irgendlich schon, oder? Das ist so meine meine Idee davon. Wie viele Ausmalbücher haben wir jetzt? Wie viele Ausmalseiten haben wir hier noch? Gut. Ich habe da einen schönen Part. Ausmalheften. So kann man das hier auch in die Länge ziehen. Ausmalen mit Zweggie. Es ist ja drüber kritzeln hier. Das mache ich übrigens nicht ich. Der macht das ja. Ich kann ja... als Painter Painter. Das wird sich doch gelohnt. Was? Hiro. Ich habe dich nicht erkannt. Hiro. Sascha, Coincidence ist, dass du auf der gleichen Trenn als ich. Du weißt, ich hatte eine große Kampf mit dem schlafen Geist in meiner Hand. Ich habe das Gefühl, dass Herr Geist nicht, wer sagt er ist. Ach du Scheiße, was ist da hinter uns? Ich weiß, Hiro. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ähm... Es ist der Monster! Bleib Hiro allein! Be aware of the consequences. Steht dort verkehrt rum. Hiro helfen, bitte kleine Augen. Ich helfe. Könnte der falsche Weg sein, aber... ...pensiv ist bereiter und freundlich. Könnte ein Fehler gewesen sein. Aber was so ist. Mhm. Er hat das Kind verschleppt. Den Hiro. Ich hoffe, dass ich den Hiro wieder sehen werde. Ich wundere, was das Monster an ihm getan hat. Oh... Jetzt muss ich allein zurück nach Hause gehen. Das ist die letzte Mal, dass ich eine Stimme in meinem Kopf folge. Wenn Benjamin hier gewesen wäre, würde er mit mir gehen. Oh... Dose aufheben. Nee, Dose treten. Ah, okay. Benjamin hat mich immer wieder warnen, aber ich konnte es nicht sehen. Ich wollte, dass das Eternel-Happen so schlecht gewesen wäre. Und ich habe die ganze Zeit gewusst. Vielleicht auch durch die Warnungen hier. Morgon. Das Finister-Monster. Morgon. Das Finister-Monster. Oh... Oh... Sehr schön. Sie tragen ihre Masken. Das erste Mal reden wir mit ihnen. Oh... 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 Oh ... da wohl zu Hause auf uns wartet. Oh nein, es sieht ja alles viel anders aus. Es sieht anders aus, als was in der Hand geraten, als wir gegangen sind. Oh nein, ich gebe mir mal einen kleinen Schluck. Oh nein, ein neues Spiel. Was zum Ende oder was? Zweiter Mann. Geht es jetzt wieder los? Ach. Das sind wahrscheinlich jetzt tot, ist das nicht nur so? Oh. Oh. Wie ist das? Was, wenn der Fuchs dich in der Halle wartet? Wenn das Spiel über Benjamin ist und du mich alleine lebst, dann spiel ich alleine. Klar. Klar. Ich versuche, du kennst den Weg. Okay. Ähm. Und wir kommen zurück zu Part 1 von Little Miss Fortune. Ich habe eine kleine Hoffnung, dass Mr. Voice ist der Herr in meinem Klapp. Wir haben es durchgespielt und machen es jetzt in der zweiten Wand oder was? Ist das eine neue Dance-Song? Ich habe keine Credits, kein Ende. Können wir irgendwie durch die Hintertür raus oder? Wenn Mr. Voice mich wieder schreit, werde ich hier ran und schlafen. Ah, okay. Den zweiten Wand wollte ich jetzt nicht starten. Okay. Ich werde nur sein Spiel eine letzte Mal spielen. Den zweiten Wand machen wir am nächsten Stream. Oder den nächsten Streams. Ähm, dann würde ich hier erstmal... Ich würde... Also ich glaube, ich mache hier erstmal... Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon den nächsten One anfangen. Ich würde jetzt hier erstmal das beenden an dieser Stelle. Dann würde ich diesen... Ich würde es auf jeden Fall erstmal beenden, weil das sieht gerade so aus, als müssten wir es alles normal machen. Oh nein, nicht wieder. Du hast es versprochen, es wird es nicht wie letzte Mal sein. Das war ein schönes Beispiel von Grundsatz und Effekt. Na, du liebst mich. Ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Aber jetzt wissen wir, was du willst. Lass mich mit einem neuen Spiel zu spielen. Alors machen wir in einem neuen Spiel irgendwie.